Was ist der Luftfrachtbrief? Nun, zunächst mal, wo gehört er hin, der Luftfrachtbrief? Der gehört zu den Warenbegleitpapieren. Ja, also zu den, um die deutschen Grammatik hier, Genüge zu tun. Also der Luftfrachtbrief gehört zu den Warenbegleitpapieren, ist also bei der Ware dabei und enthält alle Angaben, die ein Frachtbrief enthält. Aber der Luftfrachtbrief dient, er dient darüber hinaus auch als Zollpapier und er dient als Versicherungsurkunde. Ja, das ist der Luftfrachtbrief. Also ein Frachtbrief, ein Warenbegleitpapier, das aber zusätzlich dient, auch als Zollpapier und als Versicherungsurkunde. Das ist der Luftfrachtbrief. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank. Vielen Dank.